Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Killer hier bei Dead by Daylight. Und ich habe mal geschaut, den lieben Kenneth, den Clown, den hatten wir schon lange nicht mehr hier auf meinem Kanal. Deswegen ist es heute soweit. Ey, es ist irgendwie wie verhext. Immer da, wo ich zuerst hingehe, sind keine Survivor. Okay, der hat mich gesehen. Ich bin auch nicht wirklich zu übersehen. Wow. Ja, ich war getroffen. Sie wollte mich auch blenden. Ich glaube, sie macht die Archivaufgabe, den Killer zu blenden. Und sie ist nicht schlecht. Sie ist nicht schlecht, Herr Spech. Sie möchte jetzt, glaube ich, dass ich die Palette zertrete. Damit sie blenden kann. Aber den Gefallen tue ich jetzt nicht. So, wo haben wir den jetzt hier am Haken? Alle so weit weg. Sie wärt sich ganz schön doll. So, ich dachte eigentlich, die haben den Clown geboostet. Dass er beim Flaschen nachfüllen jetzt nicht mehr langsamer ist. Was ist denn mit dir hier los, junger Mann? Sie haben da was über dem Kopf. Ich meine, noch Popghost, du Wiesel. Das nutzen wir mal. Ich glaube, sie ist da stehen geblieben. Klassi. Ich glaube, sie hat keine Lust mehr auf die Runde. Das mit dem Lennen hat nicht geklappt. Hingen sie am Haken? Denkt sie sich jetzt auch so... Nö. Wann bist du hier drin? Bist du denn hingerannt? Ja. Das ist doch gleich. Hm. Okay. Ich hätte natürlich die Fang jetzt auch direkt aus dem Spiel nehmen können. Was es mir natürlich vereinfachen würde. Aber es geht ja hier nicht darum, einfaches Gameplay zu zeigen, sondern ehrliches Gameplay. Und ehrliches Gameplay heißt... Es gibt auch Hosen, die halt null laufen. Und ist mir ins Messer gelaufen. Ich habe ihn atmen hören. Er hat aber, glaube ich, Seelenruhe oder... Wie heißt das andere? Kein Gejammer ist es nicht. Er hat irgendwas dabei, dass er nicht schreit. Er hat schon in meinem Dunstnebel nicht geschrien. Ich gehe mal kurz wieder zu dem Jen hier. Der ist noch getreten. Schade. Da kann ich meinen Pop jetzt hier nicht draufballern. Die Palette muss weg. Ist die Fang jetzt unten gewesen? Es ist jetzt auch ein bisschen... Ey, sorry, Fang, aber... Dann musst du es ein bisschen cleverer anstellen. Ist hier der andere noch drin? Ich weiß es nicht. Dann nehme ich sie jetzt mit. Nee, er ist hochgerannt. Die Spuren führen nach oben. Dann musst du es ein bisschen cleverer anstellen, liebe Fang. Ich, ähm... Ja. Was dein Playstyle ist. Sie sterben lassen. Das habe ich vermutet. Dass das passiert. Okay. Aber rein drittisch ist ja auch das ehrliches Gameplay. Weil diese Leute hast du immer wieder... Das war auch ein bisschen komisch, Jake. Dass die Leute sich halt einfach sterben lassen. Wenn sie der Meinung sind, oh, die Runde läuft nicht so. Dann, äh... Wir lassen es einfach sterben. Und tun so, als hätte es die Runde nie gegeben. Genauso läuft es jetzt hier. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt auch sterben lassen wird. Eventuell hat er mit der Fang zusammengespielt. Ich weiß es nicht. Eine wurde gerettet. Ich lasse euch doch mal. Ich bin auch manchmal ein bisschen... Zu nett. Also ich möchte immer nicht so zu böse sein als Killer. Andererseits... Kann es halt auch sein, dass ich durch die Art und Weise, wie ich spiele... ...sich mir Chancen verbaue. Indem ich sie halt dann laufen lasse. Und sage, nein, ich gehe jetzt da nicht zurück. Und tunnele. Ähm... Ja. Der Hit war mir wichtig. Er kann rein, schritte ich jetzt nicht durchs Fenster. Gut. Hä? Habt ihr das gerade gesehen, dass er aus ist? Wäre er im Boden gelaufen? Warte, irgendwie ist das... Heute... Den Servern... Okay, hier könnte mich jetzt jemand stun... Macht aber niemand. Das ist mit den Servern heute ein bisschen ulkig. Wir füllen direkt wieder auf. Auch wenn ich rein theoretisch noch... ...eine Flasche hatte. Der Jake schon wieder. Oh, Dead Hard. Das hast du noch gar nicht genutzt. Wusste ich nicht. Aber jetzt ist Dead Hard weg. Es ist jetzt auch ein bisschen getunnelt eventuell. Aber ich hatte ja einen dazwischen. Egal. Ach, das mit dem Tunneln und Campen. Das ist sowieso rein theoretisch eine ewige Diskussion. Er kämpft auch nicht mehr. Ja, ich bin der Killer. Und ich als Killer muss die Leute umbringen. Und das mache ich. Ich gebe mein Bestes. So. Zwei Leute, zwei Generatoren. Der ist komplett runter. Den haben wir jetzt noch. Den Dwight und... Den hatten wir noch. Das ist gerade ehrlich gesagt nicht. Das ist doch nicht... ...was sie jetzt machen. ...aktuell sind sie noch nicht an einem Generator. Oh. Look what I found. Ich habe die Luke gefunden. Ich glaube nicht, dass hier jemand im Schrank ist. Der Schrank war auf meiner Seite. Das hätte ich gesehen. Vielleicht ist... Hier jemand hin. Hm. Das Spiel ist noch nicht gewonnen, ne? Die können immer noch... Ich glaube nicht jemand durchs Fenster. Ich glaube, irgendein Geräusch habe ich hier gehört. Die können immer noch das Spiel für sich reißen. Dort ist noch Pop drauf. Noch ein Jake. Noch ein Jake. Ach so. Okay. Ich war das ja erst gar nicht getunnelt. Du hast keine Lust mehr. Ach Leute. Was denn? Wieso denn? Disconnect. Ja, moin. Oh, ich muss schnell zu den Bussen. Das ist die Luke. So. Ich gehe davon aus, dass Dwight dort hinten ist. Gucken wir mal. Ob er sich durch Spuren verrät. Er könnte es rein theoretisch schaffen. Ich finde, die Ausgänge sind gut für die Survivor. Was ich halt rein theoretisch ja auch gut finde. Wenn die Ausgänge direkt nebeneinander sind und man als Survivor null Chance hat, ist das ganz, 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 ganz blöd. Ich würde es ihm auch fast gönnen, weil die Fang, die hat aufgegeben. Der Dwight hat gerade... Der Jake hat gerade disconnected. Ich würde es ihm fast wünschen, sogar, dass er rauskommt. So blöd es klingt. Ich denke, jetzt müsste er auch langsam mal die Ausgänge öffnen. Damit er es noch schafft. Vielleicht ist er auch drüben gerade dran. Ja, er war hier dran. Das Problem ist... Ich glaube, er schafft es zeitlich jetzt sowieso nicht mehr. Ich kann nur hoffen, dass er vielleicht auf die andere Seite rüber ist. Weiß es nicht. Sorry, Dwight. Schaffst du es noch? Ja, er hat es geschafft. Okay, er war auf der anderen Seite. Hat er gut gemacht. Hat er da drüben so getan, als wäre er dort. Cool. Achso, der Dwight war auch am 5. Ja, gut. Ja, gut. Dann... Ja. Hat er gut gemacht am Ende. Ja, die Fang hat sich sterben lassen. Der eine... Jake hat disconnected. Das habe ich schon befürchtet, als er stehen geblieben ist. Ja, ich bin trotzdem sehr zufrieden mit der Runde, tatsächlich. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer wir sehen uns nächste Woche wieder. Mit einer neuen Killer-Folge. Und dann gucken wir mal, wie es da läuft, ne? Bis dahin. Macht's gut. Und habt einen schönen Tag. Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020